Wahltag 2021. Sie haben gewählt, wir haben die Ergebnisse. Analysen und Reaktionen. Noch eine Viertelstunde bis zur ersten Prognose. Dazu Interviews, Analysen und Diskussionen. Die Entscheidungen 2021. Das ganze Bild. Sonntag ab 16 Uhr bei phoenix. Und Montagmorgen geht es schon ab 7 Uhr weiter. phoenix, Ihr Wahlprogramm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017